Oh, Atletico Madrid. Okay, Aufnahme gestartet. Ja, ich kannte ja auch schon die Let's Plays dazu, aber... Ja, selber schon. Äh... Oh, ich muss erstmal nicht mehr lange gespielt. Auf jeden Fall. Oh, schön. Gut. Ja, siehst du denn mal. Na ja. Das werden mischt. Oh, oh, der macht ja gut. Da ist noch ein bisschen die Wiennasse gerade. Ach, Mensch. So, wann kommt Battlefield nochmal? Nächste Woche Donnerstag oder Freitag, am 21. Ah, siehste, ich werde das mal langsam vorbestellen dann jetzt. Ja, mach das mal, das rechtzeitig hast du auf jeden Fall. Ja. Ja. Nicht bei Spielegrotto oder so, da hast du wahrscheinlich schon irgendwie Tage vorher. Ja. Äh. Oh, was. Okay. Ähm. Und hast du Mafia eigentlich geholt? Ja. Für irgendeine Konsole? Äh, ne, für PC. Ach so, okay. Die Tests waren ja nicht so überzeugend, deswegen zögere ich irgendwie noch ein bisschen. Robert, lass uns nachher drüber reden, okay? Dann können wir uns hier erst wirklich nicht konzentrieren. Ich kann hier auf jeden Fall, also ich finde es ganz cool, muss ich sagen. Mir macht Spaß. Abseits. 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 Ne. Ah, okay. Du bist ein bisschen stärkerer, oder? Kann das sein? Mhm. Boah. Oh, komm! Lass mich los! Voll die Bratze, ey. Boah. Ohohohoho. Du musst auf den Torwart, Alter. Krass. Oh, warte es. Oh, jetzt die Ecke schnell ausführen, ey. Meine Güte. Definitiv jetzt wäre es gut. Oh, jetzt warten die erst mal eine halbe Stunde da. Hier Hummels. Nein. Oh, schön, Robert. Aber eigentlich. War gut, war gut, war gut. jetzt habe ich mir so ein übrigens und verlängerungskabel mit usb 3.0 geholt und am pc funktioniert am laptop ohne probleme aber an der schweiß playstation nicht keine ahnung warum voll komisch muss man ausprobieren was ich da habe in der meinung schon ja ich glaube ich habe damit schon mal gespielt jetzt und ein koster ich gehe rauf ich probiere es da man es gibt es nicht ich bin vom tor aber auch irgendwie gerade nicht so das hat sich ja letztes mal schon das war jetzt damit habe ich nicht gerechnet dass der mich da noch hummels hallo der macht noch einen haken da der wichser da komm oh ein glück ach mach mal aus der ego perspektive ich spiel mal lang auf costa probiere ich mal mann scheiße scheiße nix mann tiago echt was Krass, ach man ey, als erste Tor ärgert mich jetzt voll, da haben wir noch voll gepennt ein bisschen. Auf jeden Fall, wir spielen jetzt schon so lange und wir haben noch nicht daraus gelernt, dass man über andere Sachen halt zumindest. Scheiße. Boah, Alter, ach nicht mal ne Karte oder was? Ja, ja, der hat mich ja übelst, ne ne, guck. Ach so, das, ja. Ja, okay, da hätte man noch mal ne Gelbe ziehen können, ja. Na vorne sind beide, beide zu, ja. Ich probier trotzdem mal. Ach scheiße. Moaan. Gut. Boah. Ne, ruft damit. Ja, okay. Schön. Boah, tolles Auge. Mann, Thiago, ey, ja ne, warum steht er immer da vorne eigentlich? Scheiße, Lewandowski hätte den mal reingemacht, aber der steht da natürlich nicht. Torwart. Ich denke schon, Sie sind ja nicht zufällig in der Spitzgruppe. Haben sich da. Ich hab weiß, dass der so ein Juni ist ja mal voll oben hier. Boah. Mann mach. Boah, Alter, ey, der geht aber auch rein. Torwart yes ein glück ich bin noch voll von der taste abgerutscht ich wollte noch antäuschen ein glück bin ich voll überfordert gewesen aus dem winkel ich gehe mal in der mitte mit lewandowski kommt schon nach mein robben orientiert ich nach außen 11 dem film zurück oh gott nicht und präzise tor okay oder so oh la ja schön sehr schön mann du fotze du genau in dem moment ja echt scheisse bin ich ich hab den boah teng boah komm boah schade 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 ich bin das ding war nicht schlecht eigentlich tor war halt unnötig ansonsten ging es ich bin das ding erst mal kino oder nö nö ooo 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 So, da her. Okay. Bitte wechselt. So, jetzt gehen wir rein in die zweite Hälfte hier im Bestadion Vicente Calderon. Oh, sorry. Krieg ich noch? Oh, oh, oh. Oh, ja, ja. Ja! Sehr schön. Eiskalt. Soweit muss man ausnutzen. Da darf man ja keine Gnade haben. Auf dem Niveau. Schöne Dinge, ja. Der Torhüter hat nicht so seinen besten Tag, ja. Ja, nur so kann die Karte spielen. Die spielen die Torwart immer so hoch an. Den hätte er genauso gut flach anspielen können in der Situation. Ja, im Prinzip schon, ja. Ach, Quatsch, ey, wirklich. Oh, ich wusste, ey. Abgefangen, gut gemacht. Oh, das habe ich falsch gesehen. Ich dachte eigentlich auch, dass es noch eh nach vorne steht, da. Aber, na gut. Spiel dich gleich an. Ach, scheiße. Klasse, aufgebast, er kommt an den Ball. Lever. Hm, sorry. Zu spät. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Und Thiago. Oh, Lewandowski, wie rennt denn der? Er hat sie bei einem Angriff. Oh, gleich in der Mitte. Oh, nee. Oh, nee. Gott. Oh, da wollte ich zu schnell. Ich dachte, der Müller, ich dachte, das schafft der, der Müller. Müller. Aber so, nee, so begabt ist er nicht, nee. Das geht nicht. Das ist nicht Müller. Ach so, ich dachte, der Müller wartet. Den Zweikampf verliert er. Nein, bin ich ein Idiot. Das gibt es doch nicht. Scheiß. Oh, ich habe gar nicht, ich habe in die Mitte so geguckt und habe gar nicht mehr darauf geachtet, dass da schon die Ausfliege war, ey. Oh, sehr gut. Ach, scheiße. Oh, sehr gut. Nein. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oh, ja, jetzt nur noch Karte, oder was ist denn? Kann man die eigentlich ranholen? Ja, noch ein Schritt. Okay, sehr gut. Okay, jetzt obachten. Oh, 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 alter. Ah, jetzt hatte ich schon drauf gedrückt, natürlich. Oh, okay. Ah. Mann, schieß. Oh, ey. Schon dreimal auf die Taste gedrückt. Was machen die denn mit dem Torwart da immer so pomadig? Krass. Entweder sind wir irgendwie beim Bierchen, oder? Naja. Die kommen noch nicht so klar irgendwie. Naja, da hat er aber... Naja, der dreht sich in dem Moment weg, wo der Ball runterfällt. Naja, nicht schlecht. Sehr schön. Mann, Dorfski, unser Top-Stürmer. Oh, scheiße. Genau in dem Moment da. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Hä? Warum grätscht er denn da? Senu? Okay. Dann noch ein Freistoß. Immerhin. Soll ich mal direkt probieren? Oh, warte mal. Ach du, Bastian? Dann nimmst du den Zug draus. Hä? Was ist denn das hier? Warum? Okay, irgendwie... Keine Ahnung. Ich höre dich kaum noch, Robert. Ja, meine Steuerung ist auch irgendwie tot. Hörst du mich jetzt wieder? Besser? Ne, so dumpf. Sehr dumpf auf jeden Fall. Äh. Ja, okay. Dann ist das Internet gerade sehr lahm. Ne. Den Wort hier noch schnell hinter uns. Er kann definitiv mehr. Er kommt nicht so richtig... Wummelt! Mh. Boah. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja und deshalb der Abschluss auch nicht platziert. Ich glaube, wir sollten mal wechseln jetzt demnächst. Ja. Ja. Da gewinnt er den Zweigam. Oh, was? Jetzt ja. Ja. Äh, Thiago, ne? Ja. Äh, Thiago, ne? Oh, Willa. Wie sieht's hier aus? Ja, äh. Ich hab schon noch rieren genommen und... Ah, genau. Ach, den Sanchez, ja genau. Gut. Okay. der fc bayern wird hier gleich wechseln hey oh hat er schon die macht auf dem dinge wahrscheinlich oh ja wie ein alter drein auf jeden fall ach so nee ist natürlich nichts Ach man, abseits Er kauen auf jeden Fall Oh, wie doll Oh, Mann Oh, voll über den Haufen gerannt Wieder da gegenseitig Oh, hier mit Ripp Mit Riberie Sehr schön Oh, komm, renn doch mal Yes, sehr geil Sehr schön Super gemacht Okay, der meinen Pass war ein bisschen scheiße Aber okay Hast du noch gut gerettet Ja gut, der kam halt von der Höhe ein bisschen dumm an Aber ansonsten Ja, ja, ja Wunderbar So, jetzt kotzen sie gerade kurz Und jetzt Sehr gut Gut, aber gegen dein Headset müssen wir auf jeden Fall was tun Ich werde auch mal meinen Angriff mal wieder aufsetzen Und das mal ausprobieren Wir gehen mal einfach aus der Party raus Und die klarte ich nochmal ein Okay, ja gut Bis gleich Tschüss